Unterwegs mit dem Film-Bike. Kanakon.tv Die etwas anderen Perspektiven, die etwas anderen Temperaturen anlässlich des Nürnberger Christkindlesmarktes Nr. 10 Und natürlich live bei der Feuerzahnpole, der größten der Welt. Die etwas anderen Impressionen. Die etwas anderen Verspr bic Grenzen. Kanakon.tv Tutatieren. Vielen Dank. Schauen Sie einfach mal vorbei. Diese Feuerzahnenbowle muss man erlebt haben, gesehen und geschmeckt. Da, da, bis bald.